So, jetzt nochmal gleich Bescheid geben. Ich hoffe, die Lächte müssen jetzt gefixt sein. Oh, Dupree mit einem schönen Double-Kill. Oh, Dupree macht hier vier nette Kills mit der AWP und holt die Runde hier im Alleingang. Was ist denn da bei ihm hier los? Dupree füllt hier die Schuhe und muss sogar das Ace holen, den letzten Kill noch setzen. Und er macht Dupree, holt jetzt Ace und holt immer lange in die Runde die neue Main-AWP. Dupree füllte die Schuhe von die Weiß.